Hey Leute und Damen und Willkommen zu einer kleinen Runde AboGames. Mit dabei ist hier der Zorro Let's Play und heute wollten wir über eine ganz interessante Sache sprechen. Nämlich hatte ich früher ein ganz besonderes Hobby. Viele mögen jetzt sagen, dass ich so der Pokémon-Fanatiker war, aber falsch gedacht. Ich war früher ein Yu-Gi-Oh! Fan und ich will euch heute mal mein Deck präsentieren. Klingt jetzt ein bisschen schwul. Hier habe ich jetzt so ein paar Karten am Start. Ich habe Yu-Gi-Oh! geliebt. Ich habe auch so früher gerne in Turnieren mitgespielt. Das war halt so meine Kindheit früher. Oh! Waaaaaah! Waaaaaah! Hey, aber das ist nicht legend, Mann! Ich hau drauf und bekomme keinen einzigen Hit! Waaaaaah! Ja! Waaaaaah! Und Leute, ich merke gerade, ich war verabredet mit einem guten Kumpel jetzt einen Döner zu essen. Und ja, eigentlich müssen wir noch ein paar Runden zocken, aber ist mir doch scheißegal. Ciao!